Hallihallo liebe Freunde. Ja, wir sind hier mit sich treiben lassen. Achso, ich könnte noch das Spiel speichern, aber das muss nicht unbedingt sein, weil das war ja noch vom letzten. Das muss ich ja nicht speichern, das wird glaube ich Auto gespeichert. Mindestverkehrswert, gesamte monatliche Bahneinnahmen, 100, 200, 300 und der Verkehrswert muss steigen. Gut, also wie ihr mal sieht, wir haben hier weite Wasserflächen, einen flackernden Burgweg, warum auch immer der flackert. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Demnach sollte ich nicht so weit weg gehen. So, wir haben hier eine Menge Wasser. Das bietet uns die Möglichkeit, Wasserfahrten zu machen. Kanus, Boote, Wasserdreiräder. Und die können wir ganz geschickt legen. Da wir hier so Seen haben, würde ich sagen, machen wir das jeweils einmal hier so rum. Da würde ich aber vorher noch mal gern in die Forschung gehen. Achterbahnen können wir hier nicht unbedingt brauchen. Kinderfahrten. Wasserbahnen auf jeden Fall. Sanfte Fahrten. Transport brauchen wir nicht. So. Aufregende Fahrten machen wir auch mal nicht. Machen wir mal einen ganz gechillten Park. So ein ganz entspanntes Ding. Da fangen wir an mit Kanus. Beginnen wir doch einfach hier. So. Gehen dann mal über in den Ah, ja passend. Sehr schön. Und was jetzt schön ist, hat es ja keine andere Möglichkeit als hier rum und hier wieder rein zu gehen. Deswegen Autofinich. Da probiert er natürlich. Gar nicht so lange. Und wir haben es. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Eingang und einen Ausgang. Der Ausgang ist direkt verbunden. Sehr praktisch. Ähm. Wir könnten das Spiel noch mal anhalten. Ähm. Das Ganze dann auf grün gesetzt. Ach nee, Moment. Auf rot. Wir brauchen mehr Kanus. Bleiben wir aber bei 5. Dann kann der Letzte immer noch aussteigen. Wenn nur ein... Ähm. Ja, nee. Das passt schon. Ähm. Das ist alles noch nicht bewertet. Das ist aber nicht schlimm. Ähm. Ja. Runden ist halt eine. Abfahren, wenn das nächste Boot kommt. Das passt schon soweit. Irgendwie. Komisch. Irgendwie höre ich hier immer was komisches über meine... Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Spiel kommt oder nicht. So. Dann. Genau so habe ich mir das gedacht. Ist eröffnet. Wunderbar. Etwas ähnliches. Um nicht zu sagen, genau dasselbe. Machen wir jetzt hier. Mit den Ruderbooten. Warum? Weil es einfach ist. Einfach, weil einfach. Einfach ist. Ähm. War das nicht ein Spruch? Von irgendeinem... Na, ist ja egal. Irgendwann ein Werbespruch. Kurve. Geradeaus. Eine Rechtskurve. Eine Linkskurve. Was das Highlight dieser Fahrt werden wird. Und fertig. Ist nicht sonderlich spannend. Muss es aber auch nicht sein. Machen wir es wieder in der Kombination, dass der Anstehweg lang ist. Fragt mich nicht, warum ich das mache. Das ist einfach nur... Eine blöde Idee, dass hier enorm viele Leute anstehen werden. So unglaublich viele, dass man so einen langen Anlauf braucht. Ähm. Achso. Man bräuchte ja noch die Anzahl der Wagen. Wagen, Wagen, Wagen. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt noch... Die Wassertritt. Die Wassertreiräder. Oh, Moment. Ich bin gerade am Überlegen. Ob ein Transport... Nicht auch. Interessant wäre... Moment. Ich habe keinerlei Arbeit mehr damit. Das ist halt für die ganz Foulen. Man kann einfach hier... Dann sucht er sich ja auch, weil der Weg ja schon blockiert ist. Dann sucht er sich auch direkt den Weg. Ähm. Also das Level kann man ganz... Faul... Ähm. Angehen. Was zumindest mal das Bahnbauen der Wasserbahnen angeht. Sind hier zwar alle noch nicht getestet, aber das wird sich in Grenzen halten, sagen wir es mal so. Was... Ähm. Den... Den Stress... Oder sonst was angeht. So. Das ist der Eingang. Hm. Tja. Jetzt ist dann die Frage, was machen wir? Ähm. Wir brauchen... Verkehrswert und Bahneinnahmen. Wir haben noch 3000. Damit können wir gerade so noch... Hier so eine kleine Fressstrecke aufbauen. So. Machen wir mal auf 2,50. Gut. Dann... Getränke. Kommt direkt daneben natürlich. Hat ich das beim Donner... Ach ne. Okay. 1,40. Gehen wir auch auf Grün. Dann können wir noch hier... Anzahl einstellen. Was haben wir noch? Wir haben Ballons. Ballons haben wir. Die können wir da hinstellen. Machen wir mal ein Euro draus. Und machen noch einen anderfarbigen Ballon dahin. In Rot. Und das Blau machen wir mal intensiver. Weil ich das nicht leiden kann, wenn das so eine... So eine schlaffi Farbe ist. Damit hätten wir da Essen, Trinken. Gut. Eine Info könnten wir jetzt noch... Hier an den Parkeingang bauen. Wenn es denn da nicht zugebaut wäre. Wie verrückt. Ähm... Ähm... Na? Genau. Stellen wir sie einfach mal mit nach rein. Steht dann schönerweise auch eine... Ist das eine Laterne? Sag mal, ist das eine Laterne oder... Könnte eine Laterne sein. Gut. Ein bisschen Geld haben wir noch. Wir könnten ein paar... Langsame Fahrten aufbauen. Die Frage ist dann, wo... Hier, genau. Machen wir es so. Ich stelle mal in der Nähe von... Unseren... Sonstigen Attraktionen auf. Die natürlich jetzt nicht so bombastisch sind. Aber... Der Weg passt hier überhaupt nicht. Ähm... Die sind zwar jetzt nicht so bombastisch, unsere Attraktionen. Aber man kann denn... Wenigstens die... Bahnen ein wenig... Dahin stellen. So, dass die Leute dann... Die Möglichkeit haben, auch mal... Zwei Sachen hintereinander zu fahren, ohne... Direkt Ewigkeiten laufen zu müssen. Das könnte man auch noch öffnen. Ähm... So, das hält dann wahrscheinlich hier. Genau. Hauen wir das auch mal auf. 1,40. Dann hätten wir noch... Die... Rutsche hier. Auch mal hier. Ja, so einfach... Ist Parkgestaltung, wenn man sich... Nicht so aufwendig gestalten will. Somit hätten wir auch schon die ersten Attraktionen. Dann hätten wir ein Himmelsrad. Das ist auch nicht so aufregend. Zählt aber wohl zu den aufregenderen Attraktionen. Wenn ich's drehe... Würde es hierher passen. Schön. Den Eingang dahin. Ausgang hierher. Perfekt. So. Schön. Was haben wir noch? Wir haben noch als Action-Fahrt den Topspin. Den können wir ja dann... Mal gegenüberliegend anbringen. Den guten alten Topspin. Obwohl er etwas zu groß wirkt für die... Oh. Schade. Kein Geld mehr da. Ähm... Wie sieht's eigentlich mit meinem Darlehen aus? Nur 4.000 davon sind Darlehen gewesen. Kanus muss getestet werden. Ja, wie dann? Ist doch getestet. Hey. Ich muss es ganz hoch machen, damit sich... So. Jetzt schließt sich's. Guck mal einer an. Da sind sie am Schippern. Und da es eine Weile braucht, bis die komplett rund sind. Ist es gar nicht schlecht, dass die Warteschlange einen Ticken länger ist. Da sind die Tretboote. Oh, da ist ja eh nur eins. Uh, 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 uh. Fehler. Fehler, Fehler, Fehler. Fehler. Gut, da kann ich ja... Tue ich mal ein paar extra rein. Dasselbe werde ich dann wohl hier machen müssen. Einfach aus dem Grund, dass hier eben dann doch mehr Leute fahren als... km scatter. O affiliate. Oill. Ih. Ich habe einfach sechs sechs Jahre sein.